ja hallo leute herzlich willkommen neue folge farcry 5 wir haben uns hier gerettet in diesem bunker ich konnte ein bisschen durchschnaufen nach diesem fulminanten start obwohl ich muss sagen es ist genau wie farcry 3 und 4 direkt am anfang treffen wir den psychopathen des spiels können dann fliehen und der rest des spiels besteht jetzt natürlich darin dass wir ihn irgendwann vernichten so wir haben uns ausgesucht eine weibliche heldin hier dann würde ich sagen schauen wir jetzt mal an wie war sie noch klein also was machen wir ich wäre sogar auch für eine dunkelhäutige heldin weil ich finde so spontan gibt es relativ wenig dunkelhäutige weibliche heldin in einem spiel mir fällt jetzt keins direkt ein ja vielleicht uncharted the lost legacy aber ansonsten finde ich ist das recht in dünn gesät ja nehmen wir mal das so ist gut so was machen wir zu haben oder glatt das haben wir sonst noch und eben hier alles durchschauen also ich finde das ganz okay so als passendes gegenstück zum joseph sieht ja das lassen so oberkörper ein bisschen breite hüften oder jetzt haben wir sonst noch das das nehmen wir mal das schienzept unterkörper das nehmen wir für eine hose nehmen wir mal die so kopfbedingung nein lassen wir erstmal keine handschuhe so verbände nein gefällt mir irgendwie nicht nehmen wir gar keine so dann haben wir das so hier haben wir die ganze familie haben da ist auch joseph joseph sie der vater leute ich lese das jetzt nicht alles vor wen es interessiert er kann ja wie gesagt auf pause drücken sich das durchlesen gucken nur eben kurz an werde alles zugehört wir haben wir hier jacob sieht der älteste der gebrüder sieht ok dann haben wir noch schon zieht der jüngste der brüder und hier habe ich dann auch gesehen genau face die sirene keiner weiß wie da der verwandtschaftsgrad aussieht anscheinend ist sie einfach eines tages aufgetaucht ok ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt die meisten leute nennen mich dutch ich versuche mir zusammenzureimen was da oben vor sich geht nichts gutes hallo dutch was ich weiß leben deine partner anscheinend wurden sie aufgeteilt jeder ist bei einem anderen mitglied von josephs familien du willst sie zurück verstehe ich von mir wurden auch freunde entführt das problem ist es kommt keine hilfe keiner weiß was hier los ist und das wird sich erst ändern wenn es zu spät ist es muss da draußen leute geben die sich gegen die sekte wehren wollen wir wir müssen ihnen einfach nur zeigen wie wir müssen einen widerstand organisieren als allererstes müssen wir deshalb die kontrolle über diese insel erlangen sobald wir etwas spielraum haben überlegen wir unseren nächsten schritt in dem safe da drüben sind eine waffe und eine karte nimm sie dir ich funke dich an sobald du dich orientiert hast so dann nehmen wir uns das mit so dann haben wir jetzt eine karte das ist ja neu hier in diesem far cry 5 es gibt keine mini map mehr wie in den anderen teilen ich bin mal gespannt ob es wirklich positiv oder doch eher negativ ist so dann verlassen wir mal den bunker was war hier so was haben wir wieder hier so ein rohr also ich muss sagen landschaftlich und von der atmosphäre gefällt es mir sehr sehr gut jetzt hör mal zu wenn du einen widerstand aufbauen willst gibt es ein paar sachen die du wissen musst du hast im grunde vier möglichkeiten du kannst alle geiseln befreien die die sekte genommen hat das sind gute leute die vielleicht an deiner seite kämpfen wenn du ihnen hilfst du kannst das eigentum von idens gate zerstören das quasi allgegenwärtig ist scheiße allein auf dieser insel haben sie zwei verdammte schreine gebaut oder nehmen widerstandsmissionen an es gibt eine menge leute da draußen die ihren privatkrieg gegen die sekte führen und sicher jede hilfe gebrauchen können und wenn du wirklich kämpfen willst dann kannst du die sekte außen posten einnehmen die es ja plötzlich überall gibt wenn du sie befreist kann der widerstand so richtig fuß fassen und gegen idens gate zurückschlagen ja gut ich habe überall auf dieser insel kameras installiert ich melde mich falls ich irgendwas nützliches bemerke fürs erste solltest du sämtliche kultisten in richtung süden erledigen und den bedürftigen helfen ok dutch out roger roger dutch oh da sind direkt zwei wo versteckt sich die polizistin dem willen des vaters widersetzt sich niemand lange die sollten besser keine dummheiten machen rede sünder so die haben wir erledigt plündern du musst mir helfen ja ich komme sofort ich dachte ich bin gegenüber danke diese bekloppten fanatiker sind außer kontrolle ich glaube es gibt ein prepper lager in der nähe vom bootshaus falls du dich schützen willst die haben da sicher gute ausrüstung gehortet ja danke für den tipp so was haben wir hier oben noch schauen wir uns das mal an so was haben wir hier lesen sekten schreien ich bin hier am waldrand da wo du das feuer gesehen haben willst so das war es sonst gibt es hier nichts das sieht nicht dann noch aus so 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 da jetzt zum bootshaus hat er gesagt ne da ist ja anscheinend so ein prepper versteck so gibt es hier noch was zu holen ja pistolen munition na immerhin so dann schauen wir noch mal eben molotov haben wir da und was ist da fernzündungssprengstoff haben wir auch schon wurfmesser auch granate haben wir auch noch nicht granate haben wir noch nicht herstellen können wir auch noch nichts so ist das hier das bootshaus nein da müssen wir an sich hin setzen wir schon mal einen wegpunkt gucken ist hier einer ist hier einer so ich denke mal hier werden welche sein gehen wir mal lieber vorsichtig vor so hi mike ich wollte in das unterirdische versteck aber es gab einen riesigen rohrbruch und alles ist überflutet ich weiß nicht was davon noch brauchbar ist wir brauchen saft damit die pumpe das wasser abpumpen kann ich weiß dass der schalter im bootshaus ist aber der ist abgeschlossen und du hast mir den schlüssel nicht da gelassen also überlasse ich dir das garrett ja ok was haben wir hier ich denke mal wir können nicht so lange unter wasser bleiben und uns da alles das ist das große los ein versteck wenn du es da hinein schaffst wartet in der regel ein ganzer haufen nützlicher kram den jemand sicher verstaut hat schau ruhig mal nach ja ok ich denke mal wir können nicht so lange unter wasser bleiben und uns da alles raus zu fischen so hier ist ein bootshaus ich denke mal da müssen wir den strom irgendwo an machen ist hier jemand so hier haben wir auch die far cry typischen kletterseile so hier ist wirklich anscheinend niemand jetzt gucken ok so pistolen munition sollten wir jetzt schon recht viel haben ist hier noch was jetzt haben wir auch gewehr munition pfeile verschlossen ok jetzt muss ich mal gucken kommt man eventuell ja nein kommt nicht tauchen kommt man von hier vorne rein naja das sieht doch nicht schlecht aus so so das war es schon erste hilfe set paddel nein 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 ich will kein paddel lieber das rohr behalten ja so dann gehen wir nochmal kurz zurück können wir jetzt da eventuell das wasser abpumpen das sieht doch gut aus das sieht doch gut aus so was finden wir denn hier alles Pfeile haben wir was ist das 250 Dollar die nehmen doch auch mal mit nehmen das möchte ich das ist das ja so das sieht doch nicht schlecht aus so versunkenes schätze haben wir abgeschlossen dann erkunde das versteck um geld und mehr zu finden wenn du eindruck hinterlassen möchtest stell springstoff her zum glück haben die leute alle materialen gehortet die man dafür braucht schnapp sie dir und fang an zu basteln k herstellung dynamit molotow cocktail zu machen wir gleich mal was was haben wir da nein nein ich möchte den den bogen möchte ich haben wir jetzt ja weil ich denke mal lautlos jetzt gegner erledigen könnte ein riesen vorteil für uns sein so sonst haben wir nichts haben wir alles jetzt gefunden hier nochmal schnell ja sieht so aus oder so ja das sieht doch nicht schlecht aus schauen wir mal können wir uns jetzt was basteln Schnaps fehlt uns dafür da fehlen Sprengkapseln da haben wir also noch nichts Rauchgranate so mal eben das können wir uns herstellen dynamit na immerhin so dann schauen wir mal auf der karte so was haben wir denn hier sekten schreien ja den zerstören wir doch direkt wo ist er so aber da sind doch jetzt bestimmt gegner oder so drei stück sehe ich so 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 ich denke mal hier im dickicht sehen die uns nicht so wo guckt der hin nicht zu uns oder? aber der da hinten ich denke mal den sollten wir zuerst erledigen so so nehmen wir mal unsere zange wir werden vorbereitet sein so so geplündert was ist das was ist das hier eigentlich hier dieses Gas ist das hier diese diese droge dieses blitz was die anscheinend herstellen oh hier haben wir noch eine kiste jetzt hoffentlich hier mit der pistole zerstören so ersten schreien zerstört jetzt scheiße hör zu ich habe gerade gesehen wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat wenn du ihm hilfst wird er dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen so Story Mission Hilfe auf Abruf ja Leute ich würde sagen die Folge ist fast 25 Minuten lang wir haben den ersten Schrein zerstört wir haben das erste Prepper Versteck gefunden und ich denke mal eine ganz wichtige Waffe gefunden hier mit dem Bogen ich würde sagen wir machen hier einen Cut ich bedanke mich dass ihr dabei wart wenn es gefallen hat lasst doch einen Daumen nach oben da schreibt mir in die Kommentare wie euch das Spiel gefällt ob ihr selber zockt und wer es noch nicht hat bitte ein Abo Leute ich bedanke mich habt eine gute Zeit Ciao Ciao